Hey, es geht endlich weiter! Es war sehr lange nichts von mir zu hören. Ich meine, ich habe immer Kommentare geschrieben und eure Kommentare auch geliked und was weiß ich. Aber jetzt gibt es auch endlich mal wieder Videos. Wie ihr seht, sind die Kaninchen hier gerade draußen. Ähm, ich dachte mir jetzt... Aber guck mal... Okay... Auf jeden Fall sind die beiden gerade im Garten, ähm, fressen schon Gras. Ich sitze hier bei denen und passe natürlich wegen den Greifvögeln alles auf, wenn hier irgendwas da rumfliegt. Dann komm, die kann hier wieder rein in den Stall. Aber wollen wir mal nicht so viel quatschen? Let's go! Wie ihr im Titel sicherlich schon gesehen habt, wird es viel Neues geben. Und natürlich geht es jetzt weiter, aber... Äh, wartet, ich muss mal kurz nach Krümel gucken. Okay, weiter geht's. Also, ähm, die erste Sache, die neu ist, ist das Design. Das ist ja jetzt schon etwas länger neu. Ich glaube, das habt ihr auch gemerkt. Und deswegen gibt es da jetzt nicht viel zu sagen. Und deswegen gehen wir auch schon direkt zum zweiten... Warum fährt jetzt gerade extra dein Auto lang? Egal. Deswegen gehen wir jetzt ja auch zum zweiten Punkt. Und... Oh mein Gott, guckt euch mal Honey an! Oh mein Gott, wie sweet! Egal. Also, ich muss ja aufpassen, dass ich die Häuser nicht so viel mitfilme. Und das ist... Und dann noch nachdenken und dann... Ach, Krümel ist jetzt schon wieder da hinten. Die flitzen hier rum. Also, die freuen sich gerade, richtig doll da draußen zu sein. Die zweite Sache ist, dass es jetzt bestimmte Zeiten... Also, zwei Tage wird's geben und zu einer bestimmten Uhrzeit kommt dann ein Video online. Ähm, das blende ich euch jetzt mal kurz ein. Und die dritte und somit auch letzte Neuigkeit, oder so auch immer man's sagen sollte, ähm, ist, dass ich immer mal Shorts hochladen werde. Es wird sich nichts daran ändern, dass, ähm, die normalen Videos zu der Uhrzeit und zum bestimmten Tag kommen. Das ist normal und dann zwischendurch halt immer nochmal nen Short. Wenn ihr irgendwas Neues doof finden solltet oder sagt, oh, macht lieber an dem Tag statt an dem, oder was weiß ich, ähm, dann schreibt's in die Kommentare. Wird mich mal interessieren, wie ihr das so findet, also die neuen Sachen, oder ob ihr lieber sagen würdet, nee, keine Shorts, oder... Ja, ich kann mich jetzt schlecht in eure Situation hineinversetzen, deswegen schreibt's einfach in die Kommentare. Das ist jetzt, also es gehört nicht wirklich zu den Neuigkeiten, aber das ist trotzdem neu. Ähm, also ich werde jetzt mit einer anderen Kamera filmen, denn für die, die es noch nicht wussten, ich filme gerade mit meinem Handy und ich hab die letzten Videos auch mit meinem Handy gefilmt. Und ich hab ne Kamera jetzt und jetzt hab ich mich auch mit meinem Handy... Was machst du jetzt schon wieder hier hinten, ne, Krümel? Ach, und übrigens, ähm, in der letzten Zeit, wo ich ne kleine Pause gemacht habe, wegen den ganzen Arbeiten, die wir geschrieben haben und so, ist was ganz Tolles passiert, Leute. Vielleicht wisst ihr, was ich meine, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir die 50 Abonnenten erreicht und kurz darauf schon die 55. Jetzt, wo ich's gerade drehe, sind's 56. Auf jeden Fall, danke, Leute. Ähm, es wird auch bald ein Abo-Spezial geben, ich verrate euch schon mal was. Und zwar ist das ein, ähm, ein Vlog, wo ich auch auf das Trampolin hier gehen werde. Ähm, genau, das werde ich dann mit der neuen Kamera filmen, also viel Spaß. Auch wenn das jetzt eher ein Video war, dass es weitergeht, dass... Ah, ihr wisst alle, was ich meine. Naja, wie auch immer, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Freut euch aufs nächste Video, also das Abo-Spezial auf den Vlog. Das wird wahrscheinlich auch ein längeres Video, also länger als 5 Minuten und nicht so kurze, wie ich sonst immer mache. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao! os.